Verehrte Zuschauer, um den aktuellen Ereignissen Rechnung zu tragen, haben wir unser Programm für morgen etwas geändert und ich möchte mir mit Ihnen kurz Zeit nehmen, diesen geänderten Sendeablauf anzuschauen. Um 11.30 Uhr Deutschland im August, der zweite Teil des Filmtagebuchs, 12 Uhr das Sonntagskonzert auf Tournee, ein volkstümlicher Mittag. Um 12.55 Uhr heute, 13 Uhr Sonntagsnachtisch, zunächst das fünfte Kapitel der Geschichte vom Geheimnis des Weißen Wüffels und um 13.55 Uhr die Fraggles. 14.20 Uhr heute, um 14.25 Uhr eine Live-Reportage der Staatsbesuch Präsident Reagan in Bitburg. Von 16.20 Uhr an sieht das Programm dann wieder so aus, wie es ursprünglich geplant war. Zusätzlich ins Programm aufgenommen haben wir um 24.00 Uhr unter dem Titel »Das vermarktete Genie« ein Gespräch mit Orson Welles, das Margret Dünser vor einigen Jahren geführt hat. Orson Welles wird ja am Montag 70 Jahre alt. Das Programm vom Sonntag wird gegen 0.25 Uhr mit letzten Meldungen der heute Redaktion zu Ende gehen. Guten Abend, verehrte Zuschauer. In Bonn geht zur Stunde der 11. Weltwirtschaftsgipfel mit einem Abschiedsessen zu Ende. Eingeladen hatte Bundespräsident von Weizsäcker in die Villa Hammerschmidt. Dabei unterstrich der Bundespräsident, dass die regelmäßigen Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten westlichen Industrienationen ein unentbehrliches Forum geworden seien. Daran könne die ganze Welt ermessen, dass diese Staaten die Kraft hätten, ihre Freiheit als Verantwortung für eine humane Welt zu nutzen. Familienfoto auf der Terrasse der Villa Hammerschmidt. Zum Abschluss des Bonner Wildschaftsgipfels hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker am Abend zu einem festlichen Essen geladen. Anstelle ausführlicher Ansprachen beschränkten sich die 38 Teilnehmer des Banketts auf kurze Toast. Neben den sieben Regierungschefs und den EG-Präsidenten gehörten zu den Gästen auch die Außen-, Wirtschafts- und Finanzminister und, soweit anlegend, ihre Ehefrauen. Die sieben Staats- und Regierungschefs hatten am frühen Nachmittag ihre Arbeit beendet. Sie konnten sich wegen des französischen Widerstandes nicht auf einen konkreten Termin für eine neue Konferenz über die Liberalisierung des Welthandels einigen. An dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand scheiterte auch eine Einigung über die amerikanischen Pläne für ein Raketenabwehrsystem im Weltraum. Paris will sich an dem Projekt nicht beteiligen.